Wie weit, würden Sie jetzt sagen, steckt die NATO schon in diesem Konflikt in der Ukraine drin? Die NATO ist schon Konfliktpartei. Sie nennt das noch nicht so. Aber faktisch sind westliche Staaten schon Kriegspartei, auch wenn immer anderes behauptet wird. Wenn man in Talkshows oder Diskussionen eingeladen wird, dann ist immer die gleiche Situation eins gegen vier oder eins gegen fünf. Man wird also in eine Ecke gestellt sozusagen. Ich habe mir nicht vorstellen können, dass sich der Diskursraum so verengt. Grüezi miteinander. Ich begrüsse Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zellend. Ich bin hier in Berlin bei Herrn Professor Johannes Warwick. Sie sind Professor an der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg, Lehrstuhlinhaber für internationale Beziehungen und europäische Politik. Habe ich das richtig gesagt? Alles ganz korrekt. Perfekt. Und ich habe noch rausgesucht, Sie waren 2019 bis 2021 Präsident der Gesellschaft für Sicherheitspolitik. Sie sind ein Geopolitiker mit interessanten Meinungsbeiträgen und Analysen fallen Sie immer wieder auf in der öffentlichen Debatte, vor allem auch im Ukraine-Krieg. Jetzt meine erste Frage an Sie, Herr Warwick. Wie würden Sie die aktuelle Lage beschreiben in der Ukraine? Wie würden Sie die Kräfte verhältnissen? Wie ist Ihre Lagebeurteilung? Also ich würde sagen, das Desaster in der Ukraine hält an, leider. Die Erwartungen, die viele meiner Kollegen hatten, dass die Ukraine im Zuge der Sommeroffensive im vergangenen Jahr gewissermaßen in die Vorderhand gerät und Russland unter Druck setzt und das dazu führt, dass Russland gewissermaßen seinen Irrweg anerkennt und einsieht, das hat sich alles nicht bewahrheitet. Und diejenigen, die wie ich und ein paar andere das immer kritisch gesehen haben, haben leider recht gehabt, muss ich sagen. Und inzwischen ist es so, dass die Russen in die Vorderhand geraten und gewissermaßen mit ziemlicher Opferbereitschaft und kühler Strategie ihre militärischen Ziele, von der wir nicht genau wissen, welche es denn sind, das ist ein Teil des Problems, erreichen. Und ich sehe die Ukraine gewissermaßen auf der Verliererseite. Und die westliche Strategie hat keinen Erfolg gehabt. Sie hat Erfolg gehabt in dem Sinne, dass die Ukraine noch als souveräner Staat existiert. Das ist auch nicht wenig, aber doch zu extrem hohen Opferzahlen und wie man das dreht und wendet. Wir brauchen eine politische Initiative, um aus dieser Situation wieder rauszukommen. Und diejenigen, die es gut mit der Ukraine meinen, und ich gehöre zu denen, anders als viele mir das unterstellen, ich meine es gut mit der Ukraine, die sollten laut ihre Stimme erheben, dass man auf Verhandlungen setzt und nicht auf eine militärische Lösung, die eben in letzter Zeit zu Lasten der Ukraine geht. Sie waren auch immer wieder hervorgetreten mit deeskalierenden Voten. Für wie gefährlich halten Sie die aktuelle Situation, wenn man eine Eskalationsspirale, von der wir immer wieder gesprochen haben, betrachtet? Ich würde sagen, für brandgefährlich und zwar eigentlich in jede Richtung. In einem Szenario, wo die Ukraine, das sehe ich im Moment nicht, aber wo die Ukraine gewissermassen die Russen militärisch unter Druck setzen würde, könnte Russland weiter eskalieren. Und das obere Ende der Eskalationsskala ist gewissermaßen ein nuklearer Krieg mit der NATO. Das wäre sozusagen eine ganz, ganz schlechte, verantwortungslose Option. Und umgekehrt, wenn Russland weiter jetzt militärische Erfolge erzielt, dann könnte und führt es auch schon dazu, dass wir die Debatte haben, ob nicht einzelne NATO-Staaten, wahrscheinlich eher unilateral, die NATO als Bündnis wird das nicht machen, aber ob einzelne NATO-Staaten gewissermaßen auch mit eigenen Soldaten der Ukraine zu Hilfe kommen. Und auch da hätten wir ein riesiges Eskalationsszenario. Das heißt also, Verhandlungen, die oft gerade im deutschen Diskurs geschmäht werden, von manchen sogar lächerlich gemacht werden, fälschlicherweise, Verhandlungen sind sowas wie präventive Eskalationsverhinderung. Und das spielt im öffentlichen Diskurs nahezu gar keine Rolle mehr, sollte aber eine grössere Rolle spielen. Sie haben die Nuklearwaffen angesprochen. Wenn Sie jetzt Putin, den Präsidenten in Moskau betrachten, würden Sie ihm das zutrauen? Würden Sie ihm diesen selbstzerstörerischen Akt, quasi diesen dritten Weltkrieg, ein nukleares Aufeinandertreffen? Würden Sie ihm das zutrauen? Also ich würde sagen, sicherlich nicht ohne weiteres. Und das ist nicht besonders wahrscheinlich, weil das natürlich eine Selbstmordaktion wäre. Das ist gar keine Frage. Aber trotzdem naiv gewissermaßen darauf zu hoffen, dass das nicht passiert, das ist zu wenig. Wenn wir uns die russische Nuklearstrategie anschauen, und das ist das gültige strategische Dokument, dann ist da ganz klar definiert, unter welchen Voraussetzungen Nuklearwaffen eingesetzt werden können. Und einer der Voraussetzungen ist, dass die territoriale Integrität Russlands gewissermaßen bedroht ist. Und in russischer Perspektive, ob wir das gut finden oder nicht, ist die Krim russisches Territorium und sind auch die beanspruchten vier Oblaste russisches Territorium. Das heißt, wenn es eine Situation gäbe, wo etwa die Krim sozusagen von der Ukraine rückerobert würde, dann wäre das in russischer Perzeption der Kasus Belli, bei der auch, glaube ich, Nuklearwaffen eine Rolle spielen könnten. Und wir müssen das verhindern. Das ist aber nur ein Szenario. Das zweite und für mich noch besorgniserregendere Szenario ist, dass nicht in Absicht gewissermaßen mit offenem Visier Nuklearwaffen eingesetzt werden, sondern eine Eskalationssituation entsteht, wo eine Seite glaubt, durch einen Nuklearwaffeneinsatz einen Vorteil zu erzielen und dann möglicherweise eine Situation entsteht, wo so wenig Vertrauen untereinander herrscht, dass die Dinge unbeabsichtigt außer Kontrolle geraten können. Also eine Eskalation aus Versehen gewissermaßen. Und das ist immer, wenn Nuklearwaffen im Spiel sind, möglich. Das heißt, wir sollten hier nicht blauäugig sein. Und ich habe die Einschätzung, dass viele eine Risikoeinschätzung haben, die schlichtweg fahrlässig ist. Wir haben Nuklearwaffen im Spiel und dürfen das nicht aus der Diskussion verbannen und darauf hoffen, dass sie nicht eingesetzt werden. Sie können eingesetzt werden. Und wir müssen verhindern, dass sie eingesetzt werden. Und das ist eine politische Aufgabe, der man sich zuwenden sollte, finde ich, und mit mehr Energie zuwenden sollte, als das viele in letzter Zeit sozusagen verlautbaren lassen. Gerade in einer solchen Situation, für wie rational halten Sie Präsident Putin derzeit? Also ich glaube nicht, dass es ein Zocker ist oder ein Hasardeur. Dafür gibt es eigentlich wenig Anhaltspunkte, sondern ich glaube, das ist ein kühler, sicherlich vollkommen skrupelloser Machtpolitiker, der gewissermaßen ein geopolitisches Wabonspiel gemacht hat. Das hat er nicht erst vor zwei Jahren angefangen, sondern im Prinzip schon mit der Annexion der Krim vor zehn Jahren. Das hat gezeigt, wozu er fähig ist. Aber es ist eben kein Typ, der, glaube ich, jetzt irgendwie ein völlig unberechenbarer Player wäre. Und das ist eigentlich auch die gute Nachricht dabei. Ich denke, mit einem Akteur wie Putin, nochmal ein skrupelloser, kalter Machtpolitiker zu vielen oder allen fähig, mit so einem Typen ist auch ein Interessenausgleich, glaube ich, möglich. Und das ist die gute Nachricht dabei. Wir haben es nicht mit einem Hasardeur zu tun, sondern mit einem, dessen Interessen man relativ gut lesen kann und mit dem man, glaube ich, durchaus verhandeln kann. Aber auch das sehen viele in der deutschen Öffentlichkeit in letzter Zeit anders. Es wird ja immer der Vergleich zu Hitler gezogen. Also diese Hitlerisierung Putins finde ich völlig falsch. Putin ist kein Hitler, weder in seinen Intentionen noch in seinem sozusagen hasardeurhaften Weltuntergangsansatz. Das ist nicht der Putin, wie ich ihn wahrnehme. Aber am Ende können wir nicht in seinen Kopf schauen. Das ist natürlich auch wahr. Welcher Player ist jetzt am Ball? Wer oder was wäre jetzt matchentscheidend für diesen Krieg? Wo liegt der Ball in Berlin, Washington, Kiew, Moskau? Wer ist jetzt am Zug? Also ich würde sagen, in Kiew noch am wenigsten. In Berlin vermutlich auch nicht. Wobei, wenn Berlin zusammen mit Frankreich eine deutsch-französische Initiative politischer Art starten würde, dann hätte die, glaube ich, schon Gewicht. Aber am Ende, denke ich, sind die zentralen Player die USA, ganz gewiss, und aber auch China. Und von da muss eine politische Initiative kommen. China hat das versucht. Diese Initiativen wurden im Westen belächelt und nicht unterstützt. Und aus Washington gibt es keinerlei Initiative, außer die völlig unrealistische ukrainische Friedensformel als Ausgangsbasis zu nehmen. Da kommt also wenig. Aber am Ende, glaube ich, wenn Washington und Beijing sich für eine Lösung einsetzen würden, dann hätte das auch Gewicht und auch Aussicht auf Erfolg. Aber da sind wir leider noch nicht. Was für ein Gewicht hat die EU? Was müsste Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidenten, jetzt tun? Also ich glaube, die EU hat wenig Gewicht, um das mal diplomatisch zu formulieren. Es gibt eigentlich keine einheitliche Position der Europäischen Union. Ungarn hat völlig andere Vorstellungen als Spanien. Selbst zwischen Deutschland und Frankreich gibt es doch grosse Unterschiede. Das heisst, die Europäische Union ist bei Krisen kein zentraler Player. Sie kann Geld mobilisieren. Das kann sie relativ gut. Aber einen einheitlichen politischen Willen sehe ich auf Ebene der Europäischen Union nicht wirklich. Was für eine Rolle spielen in diesem Konflikt jetzt zwei Jahre nach quasi Eskalation, nach Einmarsch Russlands, was für eine Rolle spielen die Medien? Gut, die Medien spielen, denke ich, in Demokratien zumindest eine grosse Rolle. Und ich finde die Berichterstattung, ich kann das sehr genau für Deutschland sagen, für andere Staaten würde ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber zumindest für Deutschland haben wir eine sehr, sehr einseitige Berichterstattung. Wir haben zu meiner Überraschung doch in den Redaktionsstuben im Prinzip einen kriegstreiberischen Kurs, ich sage das so offen. Und Verhandlungen werden verächtlich gemacht. Schauen Sie sich mal die Reaktion auf den Vorschlag des SPD-Fraktionsvorsitzenden an, der von Einfrieren sprach. Das wurde quasi durch die Bank in der deutschen Öffentlichkeit, die ja immer vermittelt durch Medien ist, geradezu lächerlich gemacht. Und wenn man sich Leitmedien wie FAZ oder ARD, ZDF anguckt, dann stelle ich doch eine sehr, sehr einseitige Berichterstattung dar. Wir haben da ein sozusagen Gruppendenken, ein Herdentrieb, der finde ich besorgniserregend ist. Es gibt wenige, die das noch kritisch sehen. Und das ist keine gute Situation in einer Demokratie. Der Meinungskorridor gewissermassen in dieser Kriegsfrage ist mir zu eng geworden. Würden Sie so weit gehen und sagen, das Bewusstsein für Krieg, für diesen unglaublich blutigen Kampf zwischen zwei Mächten, ist ein bisschen verloren gegangen? Jedenfalls ist das Bewusstsein für die Folgen und für die Konsequenzen verloren gegangen. Und das ist überraschend eigentlich, weil das ist so ein bisschen auch das Deutsche Naturell. Man neigt so dazu, von einem Extrem ins andere zu verfallen. Wir waren jahrzehntelang die besten Pazifisten und jetzt sind viele die besten Bellizisten. Und ich finde, Maß und Mitte ist in der deutschen Sicherheitspolitik verloren gegangen und auch in der medialen Berichterstattung leider. Und das sind sozusagen kommunizierende Röhren. Das hängt ja zusammen. Das mediale Bild, der Eindruck der Politiker im Übrigen hat man, wenn man auf Veranstaltungen mit, in Anführungsstrichen, normalen Menschen spricht, oft ein sehr anderes Bild. Ich habe den Eindruck, dass sozusagen die kritischen Stimmen zu diesem Kurs, auch der Bundesregierung, in den Medien zu wenig vorkommen. Aber in der öffentlichen Diskussion, wenn man mit Menschen spricht, sehr viel stärker sind. Und das zeigen ja im Übrigen auch Meinungsumfragen. Wir haben also eine gewisse Entkopplung von der medialen Realität und der wirklichen Realität der Menschen zu diesen Themen. Und auch das ist besorgniserregend in einer Demokratie. Wie erklären Sie sich, dass gerade in Deutschland die Medien und auch Politiker wie eben Strack, Zimmermann, Kiesewetter, Hofreiter, solche kriegstreiberischen Töne anschlagen? Also ich habe da leider keine Erklärung, sondern nehme das nur mit Überraschung und auch mit Kopfschütteln zur Kenntnis. Ich habe mir nicht vorstellen können, dass sich der Diskursraum so verengt. Wenn man nach Erklärung sucht, dann landet man wahrscheinlich am Ende dabei, dass wir so eine Situation haben, wo moralische Empörung eben auch verständlich ist. Es war ein brutaler Überfall Russlands. Und der ruft zu Recht Empörung hervor. Aber bei aller Empörung darf man doch den Blick für das Machbare und für Pragmatismus und Realismus nicht völlig verlieren. Und das ist verloren gegangen. Und wie man das erklärt, weiß ich nicht. Das müssen vielleicht Medienwissenschaftler erklären. Ich nehme es eher mit Staunen zur Kenntnis. Es ist ja ein glücklicher Zufall, dass am 75. Jahrestag der NATO, des Verteidigungsbündnisses, der NATO, ein absoluter NATO-Experte mir gegenüber sitzt. Also Sie haben mehrere Bücher geschrieben über dieses Verteidigungsbündnis, das jetzt heute oder glaube ich morgen den 75. Jahrestag feiert. Können Sie mal sagen, was ist die zentrale Errungenschaft der NATO? Also sie ist sieben Jahrzehnte aktiv gewesen. Und da gibt es, glaube ich, viele Errungenschaften. Die zentrale Errungenschaft ist, dass sie Deutschland eingebunden hat, dass Deutschland gewissermaßen im Reinen mit seinen Nachbarn und Partnern ist. Und das ist nicht vom Himmel gefallen, sondern durch den Beitritt Deutschlands zur NATO 1955 hat sich eben die deutsche Frage gewissermaßen als sicherheitspolitisches Problem aufgelöst. Und das ist eine wichtige Errungenschaft. Und insofern gehöre ich nicht zu denen, die Fundamentalkritiker der NATO sind. Aber die NATO hat in meiner Wahrnehmung damit angefangen, von einer Lösung in der internationalen Politik leider in den vergangenen Jahren zu einem Problem zu werden. Und das hat auch und besonders damit zu tun, dass die Erweiterung der NATO nicht im Konsens mit Russland passiert ist. Das war am Anfang vielleicht noch so, als Polen, als Ungarn, als Tschechien 1999 beigetreten sind. Da war das noch im Konsens mit Russland. Und war auch so, dass Russland gewissermaßen ein erhöhtes Mitspracherecht in NATO-Angelegenheit bekommen hat. Aber spätestens mit dem NATO-Gipfel in Bukarest 2008, also des Versprechens der Aufnahme der Ukraine und Georgiens in die NATO, wusste man, dass man gewissermaßen eine russische rote Linie überschritten hat. Und das hat man leider, muss ich sagen, mutwillig getan. Damals auf Druck von George Bush Jr., der das mit brutaler Gewalt durchgesetzt hat. Deutschland und Frankreich haben noch versucht, das Schlimmste zu verhindern, durch einen diplomatischen Formelkompromiss gewissermaßen. Aber von da an war die NATO leider eher ein Problem für internationale Sicherheit. Und wenn Sie sich mal Sachen wie Afghanistan anschauen, ein kompletter Fehlschlag, an dem auch die NATO beteiligt war, sicherlich auch andere Organisationen und Staaten, aber eben auch die NATO, die dann 2021 quasi mit Schimpf und Schande abgezogen ist und ein Chaos hinterlassen hat, dann würde ich auch sagen, auch in dieser Frage hat die NATO schwere Fehler gemacht. Das heißt, die Dekade der Interventionen in den 2000er Jahren, das waren allesamt Fehlschläge, würde ich sagen. Das sieht man im Rückblick kritischer und klarer, als man das in der damaligen Situation sah. Aber das waren alles Fehlschläge. Und insofern ist die NATO gewissermaßen, ja, sie hat Verdienste, sie hat Erfolge, aber auch für viele Fehlschläge und jetzt in diesem Fall Probleme verantwortlich. Und deswegen kann ich dieses Jubiläum auch nicht wirklich feiern, sondern wir haben allen Grund, auch selbstkritisch zu sein. Ist die NATO überhaupt noch dieses Friedens- oder dieses Verteidigungsbündnis, das es zu sein vorgibt? Oder sehen Sie da schon kriegerische, eher offensivere Tendenzen, sind da offensivere Tendenzen erkennbar? Also ich würde der NATO nicht unterstellen, dass sie aggressive Absichten hat. Das geht schon deshalb nicht, weil man in allen Fragen einen Konsens braucht. Und bei 32 Mitgliedstaaten, die alle auch ihrer jeweiligen nationalen Öffentlichkeit verantwortungs- und rechenschaftspflichtig sind, glaube ich, sind militärische Abenteuer nicht besonders wahrscheinlich. Und das ist ja auch ein Pluspunkt von so Bündnissen wie der NATO. Aber ich nehme doch mit einer gewissen Sorge zur Kenntnis, dass man eigentlich denkt, man selber ist immer der Gute sozusagen. Wir können so stark und mächtig sein, wie wir wollen. Und andere sehen das nicht als Problem. Wenn man sich das mal umgekehrt vorstellt, die NATO gibt sehr viel mehr Geld für Verteidigung aus als Russland. Also ich will nicht mit Zahlen langweilen, aber weit über eine Billion Dollar pro Jahr für Rüstung. Die Russen irgendwie 120, vielleicht 150 Milliarden Dollar. Und wir tun so, als ob die NATO schwach und schutzlos wäre und Russland uns bedroht. Da muss man die Kirche doch mal im Dorf lassen. Die NATO ist sehr viel stärker als Russland. Und das, was sie ihren Mitgliedstaaten garantiert, also die territoriale Integrität und das Versprechen auf Beistand bei einem Angriff von außen, das ist voll sichergestellt. Voll sichergestellt. Und in der öffentlichen Diskussion tut man so, als ob die NATO schwach und klein wäre und Russland gewissermaßen in dem Sinne ein militärisches Problem für die NATO wäre. Das rückt die Dimension sozusagen in eine falsche Ecke. Das ist nicht der Fall. Die NATO ist stark und handlungsfähig und sollte sich eher überlegen, sozusagen wie ihre Stärke bei anderen wirkt. Und das ist das klassische Sicherheitsdilemma in der internationalen Politik, ist aber vollständig aus der Diskussion verschwunden. Und darüber kann man sich eigentlich manchmal nur wundern, dass das so aus der Diskussion verschwunden ist. Wenn man an die NATO denkt, denkt man eigentlich geradezu an die USA. Das sagen ja auch ehemalige Generäle der NATO. Sagen ja, ohne die USA wäre die NATO quasi nichts. Jetzt hat Donald Trump, der Präsidentschaftskandidat, unlängst diese Bombe platzen lassen, dass wenn denn jemand seine Beiträge nicht entsprechend diesem abgemachten Budget in die Rüstung investiert, dass dann quasi diese Beistandspflicht ja auch nicht garantiert sei. Ketzerische Frage. Braucht es in einem solchen Szenario, wenn schon solche Töne angeschlagen werden, braucht es die NATO überhaupt noch? Und ja, warum? Also ich würde sagen, sie braucht es schon noch, weil das Beistandsversprechen wichtig ist. Das ist ein stabilisierendes Element der internationalen Politik. Es ist vernünftig, dass Staaten sich gegen Angriffe von aussen battmen. Das ist sozusagen vernünftig. Und Staaten können das in aller Regel nicht alleine, sondern müssen das in Bündnissen tun. Das ist vernünftig. Aber ob man sich auf das amerikanische Engagement tatsächlich noch verlassen kann, darüber kann man sich natürlich Gedanken machen. Und mit so Typen wie Trump, die sehr erratisch sind, die eher so eine Art Schutzgeldmentalität haben, ist das natürlich extrem schwierig. Und das war der Grund, warum Macron eben ja auch gesagt hat, die NATO sei hirntot. Und das hat er bei der ersten Präsidentschaft Trumps gesagt. Insofern wackelt das Beistandsversprechen der Amerikaner. Und ich glaube, die Europäer sind gut beraten, sich zu überlegen, wie sie künftig ihre Sicherheit organisieren. Und wenn die Europäer wirklich was gemeinsam machen würden, dann wären sie auch in der Lage, sich selber zu schützen und zu sagen, auch da ist es ja nicht so, dass Europa schutzlos ist. Es gibt zwei Nuklearmächte, Frankreich und Großbritannien. Es gibt sozusagen doch eine erhebliche militärische Power. Das heißt, am Ende, denke ich, müssen die Europäer darüber nachdenken, ob sie nicht ihre Sicherheit alleine organisieren können und eben nicht mehr sich abhängig machen von einem wankelmütigen, auch sehr nach innen schauenden Amerika. Und das wird jetzt spannend zu sehen sein, wie sich die NATO entwickelt, wenn Trump wieder Präsident wird. Jetzt haben wir beim Konflikt in der Ukraine, hat es immer geheissen, ein Aufeinandertreffen zwischen NATO-Soldaten und russischen Soldaten gilt es mit aller Macht zu vermeiden. Man will das ja nicht. Jetzt haben allerdings vor kurzem deutsche Offiziere, haben da ein bisschen frivol ausgeplappert, dass da schon britische und auch amerikanische Soldaten in der Ukraine seien. Dann haben wir Makro, der diese Wortäusserung gemacht hat, dass er sich quasi offen überlegt, ob man da nicht mit NATO-Soldaten einmarschieren soll. Wie weit, würden Sie jetzt sagen, steckt die NATO schon in diesem Konflikt in der Ukraine drin? Also sie steckt sicherlich schon ein Stück weit drin. Ich meine, ukrainische Soldaten gehen in der NATO ein und aus. Es gibt eine Ukraine-NATO-Kommission. Die NATO macht massive Unterstützung bei der Ausbildung von ukrainischen Soldaten, wahrscheinlich auch bei der Zielerfassung von einzelnen Angriffen und so weiter. Das heißt, die NATO ist schon Konfliktpartei. Sie nennt das noch nicht so, aber sie ist schon Konfliktpartei. Was noch nicht sozusagen passiert ist, dass die NATO als Organisation beteiligt ist, weil es eben keinen Konsens gibt. Das werden einzelne Mitgliedstaaten zu verhindern wissen. Aber faktisch sind westliche Staaten schon Kriegspartei, auch wenn immer anderes behauptet wird. Und mich wundert auch da eine gewisse Naivität. Ich meine, wenn man befreundete Soldaten ausbildet, die in einem Krieg stehen, wenn man bei der Zielauswahl und der Zielerfassung der Aufklärung hilft, um einen Gegner anzugreifen, und dann ist man faktisch Kriegspartei, auch wenn das völkerrechtlich vielleicht nicht so sein mag. Weil natürlich völkerrechtlich durch Artikel 51 der UN-Charta, wo man das Recht auf Selbstverteidigung hat, und das hat die Ukraine natürlich völlig unbestritten, man auch einem angegriffenen Staat helfen darf, ohne Konfliktpartei zu sein. Das ist sicherlich richtig. Völkerrechtlich sind wir dann in dem Sinne vielleicht noch nicht Kriegspartei, aber politisch sind wir Kriegspartei. Und die Äußerungen von Macron jetzt mit Bodentruppen zeigen das ja, dass wir gewissermaßen uns auf abschüssiger Bahn befinden. Und wir sollten das so nicht weitermachen. Die Amerikaner schließen noch aus, dass man mit eigenen Soldaten da reingeht. Da gibt es also einen massiven Dissens auch, etwa zwischen Frankreich, den USA oder Polen. Deutschland ist da eher in dieser Frage auf Seiten der USA. Aber die Dinge wackeln, und ich bin mir nicht sicher, wie lange das noch gilt. Wenn die Ukraine weiter unter Druck gerät, das war der Anfang unseres Gesprächs, dann erwarte ich, dass diese Debatte noch mal intensiver wird, dass man der Ukraine gewissermassen mit eigenen Soldaten beistehen muss. Und dann sind wir weiter in einer Eskalation, die wir eigentlich verhindern müssten. Wobei man aus Washington auch immer wieder so ein bisschen vernünftige, gemässigte Stimmen hört. Beispielsweise die Republikaner blockieren ja auch diese Gelder. Es gibt auch in der Washington Post und auch New York Times haben tendenziell ab und zu so vereinzelte Berichte, wo so ein bisschen deeskalative Stimmen zu Wort kommen. Ist das der Lichtblick, ist das der Hoffnungsschimmer, auch für Sie vielleicht? Absolut. Ich habe die amerikanische Debatte eigentlich immer bewundert, weil sie sehr breit und kontrovers ist. Sie haben New York Times genannt. Wenn Sie sich mal das führende aussenpolitische Fachmedium Foreign Affairs anschauen, da finden Sie ein breites Spektrum an Auffassungen. Und das ist stilbildend, finde ich, und sollte auch für deutsche Diskussionen und europäische Diskussionen stilbildend sein. Die amerikanische Debatte zu diesen Fragen ist bunt und lebendig, weil Amerika auch eine bunte und lebendige Demokratie ist, die ich immer bewundert habe. Insofern sitze ich überhaupt nicht in dem Lager der Fundamentalkritiker der USA, sondern ich habe schon die Hoffnung, dass sich am Ende in den USA auch ein richtiger Kurs durchsetzt. Im Moment ist das noch nicht sichtbar, aber das Meinungsspektrum ist breiter in den USA, als das bei uns der Fall ist. Muss man mit dieser Analyse, die Sie eben gemacht haben über die NATO, quasi über den Einfluss von NATO-Soldaten und westlichen Ländern in diesem Krieg in der Ukraine, muss man da, ob man das will oder nicht, muss man da konstatieren, dieses Sicherheitsbedürfnis, dass der russische Präsident Wladimir Putin, von dem er ständig gesprochen hat, muss man rückblickend eigentlich sagen, Putin hatte Recht? Also Putin hat mit nichts Recht, würde ich sagen. Putin ist ein Zerstörer der europäischen Ordnung und das hat er nicht tun müssen. Aber wir haben im Vorfeld dieses Krieges, finde ich, nicht alles getan, um das zu verhindern. Und die europäische Sicherheitsarchitektur liegt jetzt absolut in Trümmern und es ist eine politische Aufgabe, die wieder aufzubauen und nicht in eine endlose Eskalationsspirale zu geraten. Und ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass wir mit Russland einen Kompromiss hinbekommen könnten, der sowohl die Ukraine als souveräner Staat sichert, als auch russische Sicherheitsinteressen ein Stück weit berücksichtigt. Da müssen wir wieder hin. Ich halte also nichts davon, dass der einzige Ausweg aus dieser Krise und diesem Krieg eine russische Niederlage ist, weil die ist nicht in Sicht. Wir müssen irgendwas jenseits einer klassischen russischen Niederlage machen. Und das heißt überhaupt nicht, dass es einfach ist. Und natürlich ist Russland der Schuldige in diesem Krieg. Gar keine Frage. Da gibt es nichts dran zu beschönigen. Aber ich bin trotzdem dafür, dass wir mit Pragmatismus und Realismus einen Ausweg aus dieser Lage wieder suchen. Und wir sollten wirklich alles dafür tun, dass ein Krieg zwischen Russland und der NATO verhindert wird. Und wenn wir das so weiter treiben, dann kommen wir in diese Richtung. Das ist fatal. Welcher Politiker hat das Format, als Brückenbauer in diesem Konflikt aufzutreten? Da sehe ich im Moment keinen. Also der deutsche Kanzler Scholz ist es nicht. Der französische Präsident ist es auch nicht. Es gibt eigentlich keine Akteure, die ich im Moment sehe, die ein solches Format hätten. Wie gesagt, am ehesten noch würde ich dem chinesischen Präsidenten da eine Rolle zutrauen, die in Richtung Vermittlung geht. Vielleicht auch der türkische Präsident Erdogan, der es versucht hat im März, April 2022, aber leider keine Unterstützung aus dem Westen hatte. Da müssen wir wieder hin. Im Übrigen gibt es ja auch aus anderen Ecken der Welt Friedensinitiativen, etwa aus Brasilien, die afrikanischen Staaten, die auch unter diesem Krieg massiv leiden. Aus Europa kommt leider nichts, wirklich gar nichts, außer Durchhalteparolen. Aber Durchhalteparolen sind keine gute politische Strategie. Was wäre die Rolle Deutschlands? Ich finde, Deutschland sollte zu denen gehören, die an politischen Initiativen arbeiten. Und jetzt sagen ja viele, wir wissen gar nicht, was hinter den Kulissen gespielt wird. Und vielleicht gibt es da ja schon sehr intensive Bemühungen. Das mag auch richtig sein, aber ich glaube, wir haben im Moment ein öffentliches Klima, was auch von der Politik befördert wird, wo solche Bemühungen eigentlich keine Chance haben. Wenn Olaf Scholz und andere immer sagen, dass die einzige Möglichkeit ist, wie dieser Krieg endet, dass eben Russland, Scholz sagt im Übrigen klugerweise nicht, dass Russland verliert. Da unterscheidet er sich von anderen. Aber diese ukrainische Friedensformel noch mal die Ausgangspunkt für die westliche Politik ist, die sagt, dass erst dann gewissermaßen Frieden sein kann, wenn der letzte russische Soldat das ukrainische Territorium verlässt. Die ist einfach kein realistischer Ausgangspunkt für Verhandlungen. Und da haben sich alle Akteure, Scholz, Macron, viele andere, eben öffentlich so festgelegt, dass man da nicht wieder runterkommt sozusagen. Und ich finde, wir müssen von diesem Baum gewissermassen runterkommen und Wege suchen, wie man von diesem Baum der Maximalforderung runterkommt, um eben zu einer Lösung zu kommen. Und da sehe ich im Moment leider keine Akteure, die eine solche Rolle spielen könnten. Besonders interessant an Ihnen finde ich ja, dass Sie, das habe ich mir rausgeschrieben, Sie müssen sagen, ob es stimmt oder nicht, dass Sie von 2009 bis 2019 in einer Art Beratungsfunktion des Aussenministeriums auftraten. Stimmt das? Na gut, ich versuche, seit ich Politikwissenschaft mache, also seit mehr als zwei Jahrzehnten, Politikwissenschaft auch als Politikberatung zu verstehen. Und ich hatte vor diesem Krieg sehr gute Zugänge, sowohl ins Auswärtige Amt als auch ins Verteidigungsministerium. Das ist seit zwei Jahren leider gekappt. Ich war vor ein paar Wochen das erste Mal seit diesem Krieg wieder im Verteidigungsministerium eingeladen, zu einer offenen Runde sozusagen ein Meinungsaustausch. Das hatte ich früher sehr, sehr regelmäßig. Ich bin gewissermaßen, wenn man so will, eine Persona non grata geworden mit dem 24. Februar 2022, weil ich eine andere abweichende Meinung in diesem Krieg hatte. Und das spiegelt so ein bisschen wieder, wie eng der Meinungskorridor geworden ist. Ich hätte es gut gefunden, wenn man sich an meiner Position reibt und meine Position hört und sie nicht gewissermaßen in eine Ecke stellt und das außerhalb des politischen Spektrums verdammt. Das ist aber leider passiert. Und ich muss sagen, ich leide darunter. Und jetzt nicht nur persönlich, sondern auch im Sinne eines offenen und breiten Diskurses, weil es ist ja absurd, mir sozusagen irgendwie eine Russland-Nähe oder eine Putin-Nähe zu unterstellen. Das ist vollkommen absurd. Ich bin ein kühler, nüchterner Analytiker mit einer Position, die im Moment nicht dem Mainstream entspricht. Aber das ist doch kein Grund, diese Position aus dem Meinungsspektrum auszuschliessen. Und das finde ich einfach nicht in Ordnung. Und ich glaube, die Politik wäre besser, wenn man auch Aussenseiterpositionen zumindest hört. Man muss dem ja nicht folgen, aber zumindest hört und sich vielleicht daran reibt. Das findet aber in Deutschland zumindest so gut wie kaum noch statt. Wie lautet Ihr zentraler Ratschlag für das Aussenministerium von Annalena Baerbock? Wir sollten politische Initiativen ergreifen, um einen Interessenausgleich mit Russland hinzubekommen. Der wird schmutzig sein, gar keine Frage. Der wird auch nicht der reinen Lehre entsprechen können. Aber wir brauchen politische Kompromisslinien, um aus diesem weiter eskalierenden Krieg rauszukommen. Und der sollte zu möglichst guten Bedingungen für die Ukraine sein, gar keine Frage. Der wird aber nicht die ukrainischen Maximalpositionen abbilden können. Das ist meine politische Forderung, eine Kurskorrektur in der Ukraine-Frage und einen Kompromissversuch mit Russland hinzubekommen. Jetzt haben Sie das eben geschildert, was Sie erleben quasi auf oberster politischer Ebene. Wie ist es eigentlich als Professor in Deutschland? Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn ich von aussen auf die Bundesrepublik schaue, das Klima, das Meinungsklima, wie Sie es auch beschrieben haben, wird rauer. Muss man sich da als Professor schon fast Sorgen machen? Was erleben Sie in Ihrem Alltag? Wird es langsam ungemütlich in Deutschland? Ja, es ist tatsächlich ungemütlich geworden. Man hat so ein bisschen, wenn überhaupt, die Rolle des Quotenabweichlers. Und wenn man in Talkshows oder Diskussionen eingeladen wird, dann ist immer die gleiche Situation, eins gegen vier oder eins gegen fünf. Man wird also in eine Ecke gestellt sozusagen. Und da braucht es schon, wie soll ich sagen, Charakterfestigkeit und auch Mut zum Widerspruch. Also Mut ist relativ. Ich bin nicht mutig. Ich gehe in einer Demokratie sozusagen meinem Beruf nach. Das ist nicht mutig. Mutig sind andere. Aber es braucht schon eine gewisse Standhaftigkeit, um sich in diesem Mainstream nicht stumm machen zu lassen. Und ich finde, als Professor hat man auch die Pflicht, das zu tun. Weil ich bin von niemandem abhängig. Ich bin Lebenszeitbeamter. Ich brauche keinen Mut, um meine Meinung zu äußern. Bei der Generation vor mir sieht das anders aus, wenn man noch darauf angewiesen ist, dass man Stellen bekommt oder Drittmittel bekommt. Dann glaube ich, dann bräuchte man wirklich Mut, um gegen den Strich zu bürsten. Und da sind nur noch wenige dann auch bereit, gewissermaßen auch Nachteile für ihre eigene Karriere in Kauf zu nehmen. Aber als Professor muss man unabhängig sein und seine Stimme auch dann erheben, wenn es wehtut, wenn man davon überzeugt ist. Und ich bin von meiner Position überzeugt. Ich denke eigentlich jeden Tag darüber nach, ob es die richtige Position ist. Und wenn ich Zweifel hätte, dann würde ich meine Position korrigieren. Aber ich habe keine Zweifel in dem Sinne an meiner Position. Und deswegen bin ich auch weiter entschlossen, den Versuch zu machen, die Öffentlichkeit dadurch zu beeinflussen, dass ich meine Stimme in diesen Fragen erhebe. Ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber es gibt diese Fälle. Wir haben diesen Fall von Ulrike Gerot, die da quasi entlassen wurde bei der Universität Bonn. Dann hatten wir während Corona, hatten wir, glaube ich, auch Stefan Homburg, der so liebevoll quasi in den Ruhestand nahegelegt wurde. Wie gelingt es Ihnen, diesen schmalen Grad der Meinungsäusserung quasi unbeschadet zu begehen? Wie gehen Sie durch dieses Minenfeld eigentlich, von was man sagen darf und was nicht? Also ich versuche, das mit Selbstbewusstsein und auch mit Sachlichkeit zu machen. Und ich sehe mich nicht außerhalb des politischen Spektrums, was noch zulässig ist, sondern ich sehe mich in einer Position der Mitte. Und ich lasse mich nicht in eine Ecke stellen. Und alle, die den Versuch machen, mich in eine Ecke zu stellen, die kriegen es sozusagen mit mir zu tun. Und ich versuche, dagegen anzuargumentieren. Ich finde also nicht, dass ich eine sozusagen Außenseiterposition habe, auch wenn viele sagen, du hast eine Außenposition. Ich sehe mich als Mann der Mitte und als sozusagen als normaler Analytiker, der in dieser Frage eben eine abweichende Position hat. Ja, so what, dann soll man sich an mir reiben, aber meine Position ist gut durchdacht und ich finde, sie soll auch geäußert werden können. Was würden Sie einem Bürger, der eben vielleicht nicht diese Möglichkeit hat, sich auf so prominente Art und Weise zu äußern, aber der sich einfach nicht mehr so richtig getraut, eine abweichende Sicht irgendwie in seinem Familienkreis oder Freundeskreis sozusagen zu äußern? Was würden Sie dem raten? Ich würde ihm raten, das nicht so zu machen, sondern weiter offen zu reden und sich nicht in eine Ecke stellen zu lassen. Es kann ja durchaus sein, dass man mal daneben liegt, das ist ja gar keine Frage. Und niemand hat irgendwie jetzt exklusiv Weisheit gepachtet, aber man muss bereit sein, sich selber zu hinterfragen, aber eben auch mit Positionen, die man für richtig hält, an die Öffentlichkeit oder auch im privaten Umfeld seine Meinung zu sagen und sich nicht seine Meinung von einem vermeintlichen Mainstream diktieren zu lassen. Das ist kein gutes Diskussionsklima in Demokratien, sondern man muss das offene Wort pflegen, sprechen, natürlich sozusagen den Versuch machen, nüchtern zu sein und nicht zu provozieren oder so und sich nicht auch in eine Ecke stellen zu lassen. Weil natürlich, wenn man Außenseiterpositionen vertritt, dann ist auch immer die Gefahr, dass man sozusagen weiter in Ecken sich begibt, wo man vielleicht gar nicht hin möchte. Das heißt, man muss bereit sein, sich selber zu korrigieren, aber eben trotzdem auch unbequeme Positionen auszusprechen. Weil ich glaube, wenn man auch in der Öffentlichkeit gar keine unbequemen Positionen mehr hat, dann sind diejenigen, die diese Positionen auch vertreten, sozusagen irritiert, dass sowas gar nicht mehr vorkommt. Und das ist auch ein Problem der Medien, dass abweichende Stimmen gar nicht mehr vorkommen, sich Menschen auch nicht mehr repräsentiert fühlen und wir eben einen Widerspruch haben zwischen öffentlicher Meinung und veröffentlichter Meinung. Und das ist nicht gut für eine Demokratie, wenn dieser Widerspruch so gross ist wie der im Moment in diesen Streitfragen, in zentralen Streitfragen. Und Krieg und Frieden ist eine zentrale Streitfrage. Dieser Widerspruch sollte nicht zu gross werden. Wie lehrt ihr Ratschlag, damit sich diese Situation zumindest nur ein bisschen entspannt in Deutschland? Ja, ich würde sagen, dass wir den Mut haben müssen, auch in den Medien ein breiteres Spektrum abzubilden und sozusagen den Meinungskorridor nicht so eng werden zu lassen und eben nicht immer die gleichen Experten zu hören, die im Prinzip auch sehr, sehr oft daneben lagen, aber Medien gar nicht mehr kritisch darüber nachdenken, ob man Leute, die ständig daneben liegen, sozusagen noch so prominent immer in allen Medien präsentieren soll. Ich finde also, die Redaktionen sollten sich mal überlegen, was ihre sozusagen Experten sind und wer wo richtig lag und vielleicht auch mal bereit sein, dann andere Stimmen zu Wort kommen zu lassen, die nicht so oft daneben lagen wie die etablierten Stimmen. Letzte Stimme, woran halten Sie sich fest? Was gibt Ihnen die Kraft und die Hoffnung, eben auch eine abweichende Meinung mutig und couragiert zu äussern? Ich glaube, am Ende ist es eher eine Frage des Naturells, ob man in der Lage ist, das auch auszuhalten, sozusagen im Feuer zu stehen und da habe ich eigentlich nie ein Problem mit gehabt. Insofern ist das am Ende eine Naturellfrage. Ich knicke nicht ein vor anderen Auffassungen und auch nicht vor Gegenwind und ich leide auch nicht darunter und kriege keine schlechte Laune deswegen, sondern ich bin ein Kämpfer sozusagen in Diskussionen und das bleibt auch so hoffentlich. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Warwick. Danke. Sehr gerne.